Moin Leute, Moses hier und mir ist gerade sowas krasses passiert. Davon muss ich euch erzählen. Excuse me, wir haben 2023. Und uns ist wirklich was krasses passiert. Wir Hebammen sollten Neugeborene umbringen. Ja, der Pharao hat echt eine Schraube locker. Was? Das ist ja schrecklich. Aber da hat er sich die Faschen ausgesucht. Und wenn ihr wissen wollt, wie wir den Pharao verarscht und die Flucht ermöglicht haben, wir erzählen euch exklusiv unsere Geschichte von Mord, Verrat, Flucht und Familie. Kommt gern vorbei. Wir freuen uns auf euch. Es geht! Die Flucht aus dem Vater, so quer die Flucht aus dem Vater. Es geht! Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020